Ich bin heute hier, weil ich mehr über Technik erfahren möchte. Weil ich mich für Mathematik und Naturwissenschaften interessiere. Auch du willst wissen, was hinter den Dingen steckt? Was die Welt im Innersten zusammenhält? Biologie ist gar nicht so unspannend und Wirtschaft, Arbeitslehre, Technik könnte auch dein Lieblingsfach sein? Welche Wege du einschlagen kannst und welche Potenziale in dir schlummern, kannst du in unseren Projektmodulen wie zum Beispiel dem Mädchentechnik-Kongress oder der Mädchentechnik-Akademie erfahren. Bei spannenden Experimenten kommen deine technischen und naturwissenschaftlichen Interessen voll auf ihre Kosten. Du kannst dein eigenes Können, zum Beispiel beim Leuchtdioden bauen, dem Experimentieren mit Lebensmitteln oder dem Tech-Caching, einem besonderen Technik-Parcours, der vom LIFE e.V. entwickelt wurde, unter Beweis stellen. Entdecke deine technischen Talente in einem der fünf MINT-Parcours des VDI und bestehe weitere spannende Herausforderungen. Auch Berufsberaterinnen und Berufsberater werden für dich geschult, um dich optimal zu informieren über Berufschancen im MINT-Bereich. Wer wir sind? Wir sind ein Verbund aus verschiedenen Partnerinnen und Partnern deutschlandweit, die sich eine nachhaltige Förderung von Mädchen in Naturwissenschaft und Technik zum Ziel gesetzt haben. META 2 ist Teil des Nationalen Paktes für Frauen in MINT-Berufen. Der Mädchentechnik-Kongress und die Mädchentechnik-Akademie warten auf dich in Berlin. Melde dich an und entdecke deine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. META 3 ist Teil des Nationalen Paktes für Frauen in Berlin. META 3 ist Teil des Nationalen Paktes für Frauen in Berlin. META 3 ist Teil des Nationalen Paktes für Frauen in Berlin. META 4 ist Teil des Nationalen Paktes für Frauen in Berlin.